Hollywood! Oh yeah! Wo müssen wir denn hin, hm? Hier hin? Und hier. Und bitte. Wer ist denn das da? Du bist diejenige, Mal. Die Brüßung hat zwei Säte von Händen, also wir haben zwei Körpers. Die Todes wurde wegen Herzinfarkt durch eine Überdose von Morphine. Wir haben uns hier runtergezogen? Wir haben bereits gehört, deine Theorie. Wir agree, dass sie murdered wurde? Ja, natürlich. Ich habe etwas anderes zu zeigen. Alles klar, Mal, was gibt es? Der Mann ist Jimmy LeBlanc. Er kam in diese Morgen. Er hat jemand in die Hände mit einem 2x4-lumpen. So, was? Good riddance. Ich habe zwei Särettes in seinem Händen. Wow. Hang auf einen Moment, Roy. Wir hören, Mal. No sign of Morphine use, und no metabolized Morphine in seinem Blut. Scratch Marks auf seinem Gesicht. Which könnte sein, von seinem Händen remodelt. Time of death, Mal. Maybe eine Stunde oder zwei nach dem Randall-Gurl. So, Sie sagen, Laughing Boy hier könnte einer unserer Körpers sein? Das ist eine lange Zeit. Danke, Mal. Wir schauen es. Ich habe etwas anderes. Oh, here we fucking go? Someday you'll say something intelligent. Schermann's Modessa. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. The Carothers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett and interview two for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. Thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Du sarkastische, sarkastische, sarkastische Stück Scheiße. Fuck. Reden ist schwer. Ich weiß nicht genau warum die Klinik noch, aber ist mega. Was? Ach, das ist, ach, das ist hier. Ups. Ja, das ist... Hoppla. I want to make a homicide. I mean, you know you've made it if you got to be room two. Mr. Arnett. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Schaut mich so schief an. Ich bin skeptisch. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business and Julia occasionally modeled for me. Hmm. We were close. We were friends. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Ah, yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name wise guy? An address maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. What was wrong? How about a new guy? I didn't know what he was talking about. I haven't heard of a Jimmy LeBlanc. Einer von den Mördern? Irgendwas stimmt mit dir sowieso nicht. Schwer, zwei falsche, so nervig. Hat er gerade gelogen, was die Marines anging? Und find out, who is his last arresting officer. Have them get in touch via KGPL, when they have some information. He's in that car at the lights. Ich weiß nicht. Ja vor allem wir stehen ja richtig drauf. Ich nicht. Warte, er hup mich nicht so an, okay. Ja ne, wir lassen die Leute natürlich durch. Nur deswegen. Stehen wir mitten auf der Straße, okay. Oh ja. Ja, das hab ich auch gedacht. Wobei andererseits, ich hab nur eine von drei richtig. Auf der anderen Seite der anderen Seite, war die Aussage schon auch schon wieder total für den Arsch. Ich mein, ich kenn nichts über ihn. Wie soll ich irgendwas über ihn, wenn ich nicht weiß wer genau ist. Es gab keinen Anhaltspunkt, dass die beiden sich näher kennen. Die Tote und er. Bei dem, bei dem hat er ich das Handrakett nehmen können. Von wegen über 45 und so, aber... Ja, ne. Na, wer weiß denn. Ist doch egal, wir nehmen ihn jetzt aufs Korn und an. Ne, ne. Ah, da bleibt jemand stehen, oder? Ne, ist ne Abbruch. Scheiße. Ups. Ist ja blöd. So rot, wir müssen stehen bleiben. Ah, ne. Das war dein Hut. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Und vorwärts, rückwärts, seit... Ne, wie ging's vorwärts, rückwärts? Links und rechts und eins. Keine Ahnung. Ja, wir, wir parken hier mal. Mitten auf der Straße. So ziemlich verfolgungslastig kann es sein? Schon, die ist die dritte in der letzten halben Stunde gefühlt. Du kannst ja nicht einfach totteln, denn nur weil es stimmt. Kannst du nicht machen. Komm schon, wir crashen ihn rein. Ich mein, wenn... Wenn man jetzt 2015 irgendwas erzählt, von wegen man war ja bei den Marines. Da kann ja keiner mehr nachprüfen, aber... 1948... Vielleicht nicht so günstig. Oh, da ist jemand richtig abgassiert. Ich will mit ihm, sehen, wie du das Geld spenden kannst. Too much slack. Du kannst dich näher kommen. Oh, wie geht das? Die vierte... Die vierte Verfolgungsjagd. Ne, ne, klar, ich hab richtig Bock. Ne... Ich mein, es ist ja schön, dass hier die ganzen Zeitungen sind, aber... Ich bin hinter ihm... Und ich renne nicht. Also... Er wird sich nicht umdrehen. Diese ganzen Zeitungen sind überflüssig. Wenn ich rennen wollte, würde ich das hier machen. Und er bemerkt mich trotzdem nicht. Also die ganze Inkognito-Geschichte finde ich irgendwie... Ja, weiß nicht. Ich seh den Sinn darin einfach nicht. Ne, wenn er... Und das... Ja, das geht. Wenn man irgendwo eine Straße überquert und sich umsieht, das seh ich noch ein. Aber abgesehen davon... Diese Zeitung nicht mehr als Dekoration für mich. Dann schaut er sich erst mal um. Das kann er gern machen. Oh, ernsthaft? Ich rufe aufs Maul! Muss ich alles nochmal machen? Warum? Oh... Ich will ihn umfahren! Fahr dich um! Ich geb's dir, das war jetzt... Das war jetzt nur zum Spaß. Und dann verfolgen wir ihn halt richtig. Als ob er sich so krass umdreht. Das ist doch Müll. Wenn ich hier fertig bin. Ich geh einfach hinten rum, weil ich's kann. Wegt er sich nicht? Oder... Was macht er? Vielleicht nur einen guten Beobachtungsposten hier hinten. Ach, er ist entwischt. Das ist ja noch besser. Entschuldigung, dass ich... Was antizipieren und mitdenken wollte. Es tut mir fucking leid! Fuck! Ja, ja, komm! Ja, ja, komm! Ja, dann. Ich kann riskieren auf dem Weg. Puff, Phelps! Ich bringe das Auto raus, wenn ich hier fertig bin. Ich glaub, ich schneide dieses Nachlaufen raus, weil es ist einfach nur langweilig wie Arsch. Wups! Das ging ziemlich schnell. Das war ein bisschen tricky, aber ging schon. Das war ein bisschen tricky, aber ging schon. Ist das okay? Es wird es müssen sein. Bis dahin war ich schon lange am Sack, Bisch! L.A.P.D. Ich mein 600 für die damalige Qualteste waren schon 4, so ist es nicht. Ich sollte auf der richtigen Seite einsteigen. Hm? Du hast eine gute Frage, wo will ich überhaupt hin? Da ist ein Telefon, hilft mir das irgendwie weiter? Mal schauen. Vielleicht ist schon was reingekommen, nachrichtenmäßig. How can I help, Detective? How can I help, Detective? Messages for me, please. Yes, Detective. Detective Spukowski in Galloway request you return to Hollywood Station. They have information in the Julia Randall case. Das will ich doch hören. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's busted the Hollywood 9th Pete Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks for your help. Schauen gleich mal zu Streffen. 9. Wer ist mit so unseren Homies? Wollen wir uns von der Bahn umfahren? Das ist wie wärst du damit, hm? Oh, na dann eben. Äh, ich glaube nicht, dass wir hier einsteigen wollen, sondern in unser Auto. Das ist nur eine Vermutung. Ja. Wir haben erstmal unsere Homies. Checken wir erstmal unsere Homies ab, bap, bap, bap. Wie spielt der Arzt daran? Wir haben eineuri Bases. Ich nehme zwei Brüchen. Wollen siebts hoch in ca. Ich nehme bitte die Spiegeliebtsk обязательно. Ich nehme diekaas feste an. Das ist die Öffentlichkeit. Ich nehme dich an. Ich nehme dich an. Danke. Ich nehme deine Koffe an. Das wäre so! Ich nehme für einen Gäufe an. Ich nehme, ja. Ich nehme dich an. Da! Ja, und Pearl Ring? Bingo! Avestrom Wunsch der Kunden. Wo sind jetzt meine Homes? Hallo? Ist auch alles ganz nett hier, aber... Ähm... Keine Ahnung, wo meine Homes sind. Oder... War das diese Info, die wir wollten? War das gar nicht... Ah okay, das war's schon. Können wir noch Officer Wallace treffen? Wo geht's hier raus? Hier? Ich kann dir sagen, du bist leid. Dein Lipps von mir. Können wir zuerst? Wie wär's denn hier? Gucken wir jetzt erstmal damit. Oh da! Wallace, Detective Phelps! Wallace, geh nach links. Ich gehe direkt nach dem kleinen Prick in der Alley. Ist ja gerade an die Wand gelaufen. Was ein Trottel. Auf meinen Beinen geschossen? Bitch! Oh wir sind auch noch! Oh je 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 jetzt wird der Schatz geschossen! Na komm raus Fuck Oh, halt's auf Meine Muni Wie nervig Weg mit dem Weg mit dir Der letzte Was unser Freund auf Streife hier wohl ausgegraben hat Ziemlich große Nummer sein Na komm raus Und tschüss 10.0 der Headshot Rap God Wie immer Ich frag mich was mehr Overuses Momentan Headshot Rap God Oder mit Pferd Brobberie Ja, wir sind ja auch von der Sitt-Polizei. Wer ist wohl dieser Willi? Was machen wir bei E-Strom? Das haben wir jetzt auch ja. Wie viel, 4, 3, 4 oder 4? Da vorne? Also Leblanc war doch der... der eine Mörder. LAPD, Ma'am. Ist Mrs. Evestrom in? Sie ist. Would you follow me, Sir? Those goddamn Mexicans. Ich bin Mrs. Evestrom. Wie kann ich dir helfen? Wir sehen uns, dass wir ein paar Stolen Goods bekommen haben. Ja, natürlich. Das Terrible Burglary. Würdest du etwas zu trinken? Nein, danke, Ma'am. Wir haben ein paar Fragen, wenn du nicht mindst. Warum würde ich mind, junger Mann, wenn du 43 Stück von meinem Geburt? Okay, bevor wir zu dem, ich habe ein Scotch. Danke, straight up. Habe ich ja schon fast Mitleid mit der alten Lady, aber eigentlich auch nicht so. Kannst du uns beschreiben, was stolen wurde? Es wäre leichter, zu beschreiben, was nicht stolen, Detective. Eine preisliche Tiara, die in der Familie seit 50 Jahren war. Ein Fabergé-Cigarette-Kase, das wert war 25.000 Euro. Woo! Ja, das stimmt, aber da war ja noch mehr. Das wollte ich überhaupt nicht anzweifeln, aber gut. Das war ein Versehen. Ich dachte, sie... ich wollte, dass sie mehr... aber... Eine schreckliche Nacht. Zumindest ein Jahr vor. Aber lass uns nicht in das gehen. Lass uns darüber reden, was du zurückgekommen hast. Nein. Nein. Oder doch? Ja. Bingo! 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 Bingo!